Ja und herzlich willkommen zurück zu Radio Not. Weiter geht's in der Story beim Mindshot Data Center. Das letzte Mal lief es ja leider nicht ganz so gut. Wir wurden da rückwärts in den Rücken erschossen. Und ja, mal schauen ob es diesmal besser läuft. Ich muss dazu sagen, ich habe schon länger wieder nicht mehr gespielt. Von daher muss ich vielleicht erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber wir werden ja gleich sehen, wie es laufen wird. Und soviel ich mich daran erinnern kann, war dieser Call hier ziemlich schwierig. Weil wir hier viele Access Points haben. Und viele kleine Verstecke, wo Leute sich verstecken können. Was das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Hier sieht es vorerst safe aus. Ähm, wie die Scope. Die Tür ist noch zu. Ja. Und da sieht es auch safe aus vorerst. Dann öffnen und ähm... Sichern. Vorher hieß es noch gerade, dass es safe sei, aber jetzt nicht mehr. He he. Okay, außen ist auch safe. Die Tür erstmal zu. Vielleicht wäre hier auch ein Doorjam gut. Damit niemand von hinten kommt wie das letzte Mal. Okay, das lief schon mal nicht ganz so gut. Okay, Suspect inside. Dann öffnen und äh... Mit der Blinkgranate sichern. Öffnen sie. Tosse ein Flashbang. Ich bin gut zu gehen. Du bist in meinem Weg, Sir. Let's switch. Gonna bang it. Go, 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 go. Hands up. Drop to your knees. Police. Hands up now. Put your hands up. Hands above your head. Get on the ground now. Hands on your head now. Get down on your knees. Hands up. Don't move. Stay putter. Okay, fix it in. Zivilist. Government should point the fucking finger at itself. Police. Hands up. Hands on your head. Fuck. Move and stay there. Ja, das ist jetzt wieder... ...ne Scheiss-Situation hier. Wir haben sehr viele Türen. Und Öffnungen. What the fucking hell? Äh... ...typ zu. Fuck, dann mach ich's halt. Shit, 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 shit. Das war ein schlechter Eingangspunkt. Wedge ist in. We're good. Oh, fuck, oh, fuck. All right. All right. Provide cover. Got you covered. Red. Maintain cover. Clear. No contacts. Blue. Blue, bitte. Eerin. There. On the move. Und dann Dekon. Red Team. Hier einmal kurz in den Bidoscope, bitte. All right. Juan, ready. Red. Look safe. No contacts. All right. Dann last mal öffnen. Okay. Nicht gut. Okay, hier gibt's gar nix. Außer vielleicht irgendwelches... ...Evidence-Material. Aber auch das... ...deploying Chem-Light. ...sieht hier nicht so aus. Nope. Okay, die Tür ist safe. Lock the door. Doorjimp, ready. Wir müssen uns ein bisschen absichern wieder. Weil wir eigentlich zu viele Türen haben. Und da drüben gibt's auch noch eine Tür. Provide Support on me. On you. So. Red Team. There, move. I'm going. Let's put the stack on this door. Okay, dann tut... Überwacht hier die... ...dessen... ...ding hier. Hier drüben gab's nix mehr, ne. Die Tür ist gesichert. Dann... ...röchte ich hier kurz den... ...Mirror. Ich sichere das. Die Seite. Wand ist ready. Multiple openings. Looking good, sir. Multiple openings. Lobby. Lobby ist nicht so gut. All teams. Blue team. Jam that door. Auch die Tür jammen. Wir gehen erst nach rechts. Red. Wedge is good. Element. Alright, dann. ...bitte aufteilen einmal. Und dann... ...bewegung sichern mit... ...ähm... ...flashbang. Move in. Bang the room and clear. So, ich hab... ...shield. ...bitte aufteilen. ...opening, not unhappening up ahead. Get down, now! Dropping a light. Police! Stop the way! Oh, shit, 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 shit! Get down, I wanna see... Get down, I wanna see hands! Get down, I wanna see hands! High ground, talk. Suspect down. Suspect down. Suspect down. Get on the ground, now! Roger that. ...medical assistance is standing by. Got them all, good to go. Okay, that's it, itch. Holy moly moly fuck! Younger, younger! ...medical assistance is standing by. Shit, 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 shit! Okay, einmal kurz hier drin sichern. Do it now! Talk reporting. Copy. DMTs and Trailers are standing by. Lightstick. Okay. Fuck. Mehr Openings wieder. Mal kurz die Tür schliessen. Okay, von hier drüben sollte ja eigentlich niemand kommen können. Hier sind alle Türen verwetched. Wenn man so sagen kann. Ich muss ganz kurz was schauen. Aber irgendwie hat es da wieder bei der Störung was rausgenommen. Was ich eigentlich... Was ich eigentlich... Ähm... Hold down verlangen? Ähm... Ähm... Da. Das habe ich eigentlich auf die Maustaste gelegt. Okay, das ist gefährlich hier. Da oben ist auch gefährlich. Ähm... Ähm... Blue Team... Oder Red? Ich weiss gar nicht. Red Team. Red Team. Moved to my front. En route. Cover my movement. No contact team. Gold Team. Und blaues Team kommt nicht. Stay on me. You got your back. Gold. Red Team. Könnt ihr bitte da nach vorne und dann Deckung. Genau. Und Blue Team antreten. Die Tür war eigentlich ja schon offen. Geht er jetzt hoch? Okay, Blue Team mit, bitte. Vielleicht hat sich ja hier draußen jemand bewegt. Irgendwie an die Fronttür oder so. Zum Haupteingang. Sieht allerdings alles safe aus. Doch, sieht alles safe aus. Es ist schlau, jetzt ja, nee, das Dach zu säubern wäre vielleicht nachher schlau. Wenn wir unten hier die Räume gesäuber haben. So, aber es geht hier zu dem Lobby. Cuff'em. I got cuffs. Suspect cuffed and secure. Safe. Es geht doch hier zu dem Lobby oder nicht? Check it with the wand. Don't have the wand. Ihr habt den wand nicht dabei? Wer hat denn den wand dabei? Red. Wand it. Don't have it. Ist das das rote Team? Ah, fuck. Ist alles ganz schlecht hier. Fall in. Du hast einen Punkt. Exit. Okay, das ist noch eine andere Tür. Nee, da waren wir gar gerade draußen. Würde ich sagen. Rotes Team hier. Und dann dort covern bitte. Aus Team mitkommen. Wir clear'n doch erst das Dach. Trying to move in and clear'n doch. Schwierig. Schwierig hier. Okay, da ist die Tür offen. Ja, ich weiß ja nicht. Das ist ein bisschen doof. Shit, shit, shit. Ich komme nicht weg. Fuck. Und niemand trifft ihn. Alter. Das war jetzt eine Mega-Magazin-Verschwendung. Okay, die können wir gerade nicht ziehen. Das ist zu gefährlich. Ja, links ist gerade... Nicht so wichtig. Sobald das Dach hier clear ist, ist eigentlich alles gut. Okay, Dach ist clear. Ich habe noch zwei Magazine hier. Und bei der Pistole noch zwei... Shit. Ich frage nicht. Warte, die... Waffe habt ihr eingesammelt von ihm? Die habt ihr, okay. Ja, von hinten kann halt jemand kommen. Das ist ein bisschen ein Problem. Vielleicht doch besser, wenn wir oben einen Eintritt machen. Okay, da geht's runter. Okay, alle sind hier. Das war jetzt. Okay. Okay. Okay, wir müssen hier. Das ist sicher. Ich bin bereit. Ich habe alle gesammelt. Er ist weg hier. Keine Beziehungen. Was, ein Zivilisten abgeschossen? Sorry, sorry, ich muss da durch! Chemlight droppen. Leute, nervt nicht. Okay, ein Haupttier. Wo gehen wir am schlauesten langen? Für was wechsle ich jetzt die Muni? Wollte ich gar nicht. Okay. Öffnen. Keine Art. Ich check das immer noch nicht. Also, knacken. Mit der Ramme. Eigentlich zwei und fünf. Eigentlich gerne, aber das geht nicht. Und du bitte Shield einsetzen. Hallo? Ram the door, clear with flash. No! Ja. Leute, ram the door and clear with flash. Okay, seid ihr stuck oder was? Rein da! Egy, los, los, los. Ich habe zwei, los. Begele, los. Sehr gut! Sistema, los. Peugebe! Sistema, los. Was ist in der Kamera? Ändrage. Ich muss also in der Kamera. Ram the door, blanch ein Grenade into the room. Okay, man, ich meine Sinti. sind die Kommandos doch immer noch ein bisschen weird zum Aus nee nicht dann ich habe den Raum gar nicht versucht Leute ich habe doch den Raum gar nicht versucht ihr lügt mich doch alle bloß an da waren wir ja glaube ich schon aber muss ja nichts heissen muss nichts heissen gerade drüben ist die Tür von aussen und wir gehen hier hinein da waren wir auch schon ich glaube wir haben noch die Lobby zum sichern und alles was da unten ist wenn ich richtig bin schließen wir mal die Tür okay dann öffnen die Tür irgendjemand knacken mit der Ramme bitte nenen neNene Ah, no. Let's move. Gold team. Need you to slide over. Knocking it down. Hands on your head. Keep your hands up. They use Nyx. Check it with the mirror on it. Red team. Over there. Heading out now. Provide cover. Hold. Ready when you are. Was passiert hier? There. I'm going. Rotate team. Irgendjemand hier, bitte. Check for targets. Ist alles ein bisschen durcheinander, sorry. I got the wand. Nothing. We're good. Got one here. Nothing in hand. Need you to slide over. LSPD, don't move. Get down, now. Stay here, stay calm. Okay, müssen wir eigentlich irgendwas suchen? So mitnehmen? We have a civilian in custody. This is a target. Roger that. Trailer is incoming. Proceed, clear. Gibt's irgendwelche Hinweise oder sowas? Okay. Nix wichtiges. Phil Ledger. Ready when you are, sir. I need you to have a look into this AV storage unit that one of the guys brought to me. I can't find it. Has it looked anywhere? And it's a bit worrying that we have a drive connected to the system that doesn't have a tracking number or code that fits our books. Can you please ask around and check the security system over the last week if we still even have that piece of shit running? ASAP, please. Wahrscheinlich wird's irgendwelche Hinweise geben. Oder Evidence. Aber... Rev. MJ, die müssen wir wahrscheinlich erst wiederfinden. Hey, your senior officer. Game over, man. Game over. World's famous streamer Milky Toast arrested after being found in connection with internet chat pornography ring. Alles hängt immer ein bisschen zusammen. Hello, Leute. Okay, wir haben ihn einmal die Lobby. Wir haben, wie gesagt, einmal wanden, bitte. Zum Mirror. Und da steht nichts an der Tür. Ich gehe in die Lobby. Okay, und wie sieht's hier drüben aus? Check it with the wand. Got it. Got the wand. Okay, noch alles safe. Safe. No traps. Area clear. Okay, multiple openings. Können wir hier die Tür vielleicht, äh... einem Türstopp zu? Dann gehen wir erst hier hinein. So. Du musst schon deine Arbeit ausführen, Junge. Alter. Manchmal. Von hinten darf einfach einfach jemand kommen. Das ist das volle Mac. Dann würde ich sagen, eben aufreihen. Oh, so gut wie es geht. Und öffnen wir die Tür. Und... Wir werfen den Blinkmantel dazu hinein. Go, 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 go! Okay, nobody here. Wunden, please. Wahrscheinlich geht das auch in die Lobby. Ich bin auf der Tür, keine Angst. Negative on any devices. Unarm contact. Unarm contact. Dann... Und dann öffnen und, ähm... Stay here. Unarm contact. Unarm contact. Move, 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 move! Get down! Don't kill me! Restrain him. I'll get him ready. Hands up, do it now! You'll be safe here. Can nobody... Visible? Multiple... Openings? Copy that. Cover the area. Put him on safe and let him hang. Great job. Okay. The Exploited. 3 von 4. Lief um einiges besser als letztes Mal. Und... Friendly Fire. Okay. Ausversehen wahrscheinlich von mir. Aber Note B. Sehr gut. Gestresst, gestresst, gestresst. Alle sind gestresst? Na ja! Ja! Es ist eine Weile her, dass wir uns richtig ausgetauscht haben. Ich habe von Ihrem jüngsten Einsatz gehört. Wie kommen Sie damit zurecht? Das kann nicht einfach gewesen sein. Nicht nach all dem, worüber wir gesprochen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Mittwoch auf ein Gespräch vorbeikommen würden, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Rufen Sie mich an und wir machen einen Termin aus. Zurück zur Wache. Eigenschaft Breacher entriegelt. Lief doch ziemlich gut. Und ich glaube... Ja okay, wir haben eigentlich fast alle getötet. Oder aussagefähig gesetzt. Ähm... Die vielleicht Informationen bringen könnten. Casio Shock Watch. Rooster FDT. Einen neuen Officer Platz. Freigeschaltet. Neuer Einsatz verfügbar. Und Breacher. Hört sich doch gut an. Die müssen jetzt eigentlich alle eine Auszeit nehmen. In Therapie schicken. Therapie. Therapie. Therapie und Therapie. Haben wir... Eine neue Aufstellung. Oder nicht? Doch. Ich muss da grad... Ein bisschen reinkommen, wie es geht. Ne, eben nicht. Bestätigen. Also wir können drei Leute in die Therapie schicken. Bloß. Ist das neu, dass man das bestätigen muss? Ich glaub's. Ähm... Dann hätten wir die drei. Zufrieden. 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 Ängstlich. Den könnten wir noch austauschen mit... Thomas Anders. Sanitator. Ja. Friedensstifter. Sanitator. Ja. Kicker. Aussenständiger. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Verdächtige ergeben, wenn sie von weniger tödlichen Munition getroffen werden. Therapie Assessment. Ist das auch neu? Okay. Officer Xavier Carter kehrte nach einer Auszeit aufgrund einer nicht bestandenen psychologischen Beurteilung wieder zurück. Ja, okay. Da steht über das Gleiche. Sergeant Hoffman, please call Switchboard. Sergeant Hoffman, please call Switchboard. Okay. Okay, dann hätten wir das zumindest. Und ja, dann durchsagen war's das wieder von dieser Folge von Ready or Not. Ähm... Neue Evidence haben wir leider nicht gefunden, glaube ich. Ist mir zumindest nicht bekannt. Ich geh jetzt nicht extra schauen. Ähm, ja. Auf jeden Fall war's das eben für diese Folge von Ready or Not. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Einsatz wieder, wenn's heisst... Ready or Not. Tschüss. Help! Somebody, please help! Get back! They'll make it out of this. Drop the gun and let her go. I'm not going in! I'm not going in! So... Are you ready? municipal viv estimate here? See, call it off every we go. He's getting red?